Bereit für Weihnachten? Erhol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totemall Overprint, dem Saftig-Glitzer-Design, Team Melone und dem brandneuen Weihnachtsbaum-Design. Und für die Eisenfeuer-Autogramm-Karten gibt es auch immer noch die in der Großbestellung. Gras dazu! Limitiert nur jetzt auf shop.kfz.com! Hey, das ist Juni von Chaos für Schwitzig und willkommen zu einer brandneuen Runde von Microsoft-Wolf 2 hier mit dem Julian! Der Iso-Jiso! Und dem Tobias! Was ist denn falsch mit uns? Ich laufe nur hinterher! Ich bin Jodler! Jodler! Oh mein Gott, Leute, Alter, ich hab die Feste! Hör auf, sonst mach ich das! Was ist das denn? Ich komm mit! Warte, Juni! Ich laufe nur hinterher, der kennt die Secrets! Wo war das? Ja! Ja! Ey, man kennt die Klicks, Bevan! Hey, was ist hier unten? Das Glas! Warte, komm mit! Ich kenn... Es gibt neue Secrets auf der Map. Die Map ist kaum mit überarbeitet worden. Äh, von Secrets. Aber alle Secrets, so bin ich hier angebaut. Das heißt, ich bin jetzt hier euer... Euer Wahrsager, okay? Ja, aber wo geht's denn da rein? Komm nicht hier, Izzy! Nee, da geht's gar nicht rein! Das ist nur zu Dings! Mach's mir zu, das sieht richtig hässlich aus! Es ist so ein Ofen da unten! Ein Ofen! Ein Hochofen! Weil ich glaub, es gab hier noch ein anderes! Übrigens, Leute, wenn ich komm zurück! Letzte Folge haben wir ein Real-Life-Special gemacht! Mit den dümmsten Skins, die man sich nur irgendwie vorstellen kann! Izzy, komm mal hier! Warte! Ist es hier? Ist es dort? Ja, ist hinter der Kiste! Hör auf, ist es? Ja! Ja! Dieter! Hier ist ihm! Ist das, das Vegan! Ah! Okay, ich zeig dir den Secret! Ich zeig dir den Secret! Okay! Hey, was ist das denn? Es macht nur einen Sound, okay? Wenn du willst... Hör auf, jetzt nicht mehr drücken! Komm, ich zeig dir den richtigen Secret! Weil ich hier... Nein, die ist die Böse! Du hast es gerade, äh, fast schon gezeigt! Du hast es fast schon gezeigt! Wenn du hier das magische Shop.com-Bild anbetest, ja? Weil es übrigens nur noch eine Woche gibt! Die Weihnachts-Edition! Äh, dann kannst du hier nach hinten gehen! Und hier oben... Nein! Easy Böse! Böse Easy! Böses Easy! Okay! Und dich kannst du raus-snipen! Nein, ich hab keine Ender-Perle! Ja! Aber snipen kannst du hier zum Beispiel! Wenn jemand testen würde, kannst du von dort zugucken! Und jemanden killen! Leute! Warte mal! Bist du draußen? Okay, komm mit! Ich hab noch ein Secret! Okay! Du wirst... Glauben nicht, dass es ein Secret ist! Warte mal! Ich hier! Da hin? Ich zeig dir nicht! Junge! Ja! Ich sehe! Was hast du gemacht? Schwerelosigkeit! Florian! Florian! Was ist hier? Torbs! Der Komposter! Tobias! Hier ist ein Komposter! Geht zu den Orben! Junge, komm zum Spawn! Junge, komm zum Spawn! Ja, ja! Aber on my way! Ich zeig dir den Komposter! Mein rechter, rechter Platz ist leer! Ich wünsche mir die Easy Hair! Was? Lebe wieder! Wie ist das denn passiert? Ich bin nicht der Wolf! Ich hab dich gerettet! Du hast mich getötet! Ich hab dich gerettet! Ich bin nur mit der Hand geschlagen! Du hast mich getötet! Du bist der Wolf! Nö, Easy! Ich bin einfach nur... Easy! Oh, du bist es! Jetzt weiß ich! Okay, ich bin's! Ich hör's dir! Ich hör's dir! Ich weiß! Ich weiß! Du musst mich nicht sagen! Flo, wie geht's dir? Oh nein! You love deine Rubine! Oh nein! Florian! 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 Ey, meine Frage aneinander, meine Frage aneinander! Wurde ihr euch schon mal in echt erkannt? Also, Easy wahrscheinlich nicht, aber... Doch, wurde ich einmal! Ja! Was, wirklich? Ja, ja! Hä? Hat er gesagt! Hör, du hörst dich an wie Easy-Cheesy oder was? In der Stimme! Was? Er hat einfach mir Sachen fallen lassen, hat mich angestarrt mit offenem Mund und ist dann zu ihrem Papa gelaufen. Ja, ja, ja! Ich mein, ich mein, die Easy geht aber auf so ein Restaurant rein, anstatt normal zu bestellen, sagt sie so... Aber wie? Ladies and Gentlemen! Einen großen Cheeseburger, bitte! Ein veganer Stimme! Ein veganer Stimme! So fluchten geht's dir eigentlich? Oder ich weiß... Was ist dein Lieblingsherz, Nisi? Nudeln mit Tomatensuchen! Nudeln! Hallo, geht's dir gut? Ah, auf den Nudeln! Julian! Geht's dir gut? Oh, Junge! Wie ist sie? Ja, was? Nein! Oh, ich hab's nicht nice! Oh, Junge! Torbs ist mir gerade richtig erschrocken! Ich dachte gerade schon wieder, ich wäre gehaust worden! Warte, ist jemand von euch Zielone, oder? Nö! Ich bin Hirte! Hirte? Okay! Ich hab hier vorhin eigentlich schon in den Chat geschrieben! Hä, was ist das? Sie murmelst im Hintergrund! Ja! 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 Ich seh, das ist ein Nicht-Haustiererverbot-Wolfrunde ist das hier! Ja! Wir sind nämlich hier die einzigen Haustiere! Tops ist das, äh... Tops! Tops wie so, Tops wie so ein Hund! Was? Was willst du? Was? Guck, jetzt fangen die wieder an zu bellen! Warte mal! Kann ich mir jetzt noch? Guck, jetzt kann ich auch! Diefwasser! Oh, es gibt ja kein Wasser auf der Map, oder? Oh, jetzt soll ich den Baden gehen! Was ist das? Was machst du im Hintergrund? Nein, jetzt ist die Katze! Die hat endlich das Spielzeug kaputt gemacht! Easy! Ja! Nehmen wir mal die Katze und, ähm, 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 und mute die! Okay. Wenn ich dich mute! Okay, warte mal! Äh, Tops, meine Frage an dich! Äh, wie ist eigentlich so das Wetter bei dir, äh, in, äh, Venedig? Kannst du mir was erklären? Ja, relativ luftig und was weiß ich, alles so. Äh, Flo, ich hab ne Gegenfrage, wie geht's dir jetzt eigentlich gerade mit dem Kuh? Nein, 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 nein! Hast du nicht gekriegt, wir haben ihn gekriegt? Nein! Irgendwie anders! Ich hab Julian oder Easy, oder? Julian? Nee, ich hab's nicht gekriegt. Ah! Hast du einen zweiten gemacht? Nee, noch nicht mehr. Okay, wo seid ihr denn jetzt? Äh, ich bin, ich bin On-Spot. Ich weiß noch nicht, wie das war. Okay, okay, warte mal, warte! Warte, ganz kurz! Ich hab die Katze zum Schweigen gebracht. Okay, sehr gut, Easy. Es ist, es ist besser, so Easy. Nein, Spaß natürlich, ja. Ja, der Katze geht es gut. Ja, natürlich hat es Spaß, ja. Äh, die ist jetzt im Katzenhaus, oder so. Genau, auf der Farm. Also, ne, ne, ich mein, ich mein, die hat so diesen Katzenbaum, oder so, wie das heißt, mit der Tür einfach. Gibt's sowas? Wo die wohnt? Ey, können, können Katzen nicht den Toten durch Virus kriegen? Geht das? Ja, na selbstverständlich! Die haben den hier angesteppt. Ja. Nein, Katzen nicht, oder? Ey, komm mal zum Spawn, komm mal zum Spawn, ich sehe. Hier liegt ne Leiche! Wer war da? Wer ist tot? Hä, warte mal, wer ist jetzt tot? Ibniz, Ibniz. Ups! Die hat dich doch wiederbelebt, oder? Aber das, ah ne, das ist meine Leiche, ups. Ja, ich würd grad sagen, so irgendwie, hör auf mich zu verhören. Nein, Flo! Ey, greift mich an, ey, es ist, ey, es ist, ey, schock. Aber ja, ich kann nicht gucken, weil ich so ein hässliches Ges... Pfff, jetzt sind's zwei Leichen. Wieso, du lernst noch nie dazu mit diesem kleinen Gang, oder? Oh! Hä, wo ist Julien? Julien, wo unter der Map? Julien, war... Julien, Julien! Bin... Hey, wo ist Julien? Julien, wo bist du? Julien, wo bist du? Julien, wo bist du? Ich weiß nicht, ich bin grad unter so ne Traptor gegangen. Julien, wie bist du da rein? Aber... Hä? Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ja tot, um Schock-Virus. Nein, 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 nein. Kann ich nur nichts... Oh! Warte, warte, warte. Nein! Julien, wo... Okay, weh, okay, Mann! Wo bist du... Wo bist du... Julien, wo ist du jetzt schon wieder hingepackt? Also, 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 wo bist du, Flo? Ah, ich bin hier... Nein, du hab's weg, du hab's, es stinkt! Du hab's, es stinkt! Ich bin mal ein... Ich bin mal ein... Ah! Das heißt, wenn... Wo bist du? Ich bin am Spawn, Julien! Ich bin am Spawn, übrigens, Leute! Nur vier Tage Eisenfeuer-Edition! Topfarb! Stickekäse! Also, shop.kaufmütig.com! Vier Tage noch! Danach ist, äh... Die Eisenfeuer-Edition für immer weg! Hier, Tops! Hier, Tops! Hier, Tops! Hier, Tops! Hier, Tops! Geh weg, du stinkst! Ah! Äh, gib mich! Schau mal, Schau mal, Tops! Ja, was? Hä? Oh, Flo, 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 Flo! Was ist das? Warte, warte, ja, geh weg! Hä? Ne, ich bin fast tot! Was hat Julien gerade gemacht? Ich glaub, er ist einfach gegen eine Wand gelaufen. Kennt man nicht anders von Julien. Das erste Mal, weißt du, das erste, was ich gehört hab früher von Julien war... Wie hat Julien... Wie hat Julien unter die Map gepackt? Warte, was? Julien, wie hast du es gerade gemacht? Was? Ich probier's gerade! Ist der unter der Map? Nein! Er hat so Feinschillen gemacht! Und dann war auf einmal unter der Map und ist gestorben! Ich hab keine Ahnung... Aber ich bin der Hirte, okay? Du kannst mich vertragen, Tia! Genau, schreib mal an den Chat! Ja guck doch, guck, Izzy! Guck! Ich weiß, es ist nicht oft, aber jetzt bin ich wirklich Hirte! Ich bin der Innocent! Es gibt kein No-Bot! Was? Ja! Innocent! Warte mal, war das hier irgendwo? Ja, Innocent! Okay... Äh, ich wohne tatsächlich so gut wie noch... Okay! Ich wohne schon relativ oft schon in Riddler verkannt! Es gibt so ein paar Leute, die wohnen bei mir in der Nähe! Und die, äh... Dings, die schicken mir die... Einer hat mir zu meinem Geburtstag so einen Brief in meinem Briefkast geworfen! Das war richtig süß! Aber normal mag ich sowas ehrlich nicht, Leute! Sowas find ich nicht cool! Leute, die irgendwo... Keine Ahnung! Wenn die mich, äh... Stalken oder sowas! Eigentlich find ich, dass man, äh... Bei Youtube oder bei Leuten, die man irgendwie online kennt, deren Privatsfehl respektieren soll! Und deren Rückzugsorte, ja! Leute! Wenn ich zu Hause mit Totems unboxen würde, würde ich das alleine machen! Wer ist hier? Warte mal! Hä? Es ist Tops! Tops leuchtet glowing! Hä? Er ist rot! Wow! Tops leuchtet rot! Ich bin das nicht! Doch! Du hast nicht! Nein, das bin ich nicht! Es hier mal mit nem Schweif! Oh, der war ich doch schon tot, oder? Hä? Ich wird gescammt! Oh oh! Pass auf, pass auf! Äh, es ist Tops! Es ist Tops! Ich weiß! Oh! Oh! Doch! Es ist es! Was willst du denn? Du weißt, dass du ein Scharf bist und du weißt, dass ich hier bin! Ja, ich weiß das! Richtig! Du weißt es! Das heißt... Tops ist der Gold! Wer ist irgendwo hier auf, ähm... Julian, wirst du bestimmt, wie du das Spot hier hast! Okay! Ich hab eine Isothermalrüstung! Willst du die, Flo? Eine Isothermalrüstung? Ja! Wo bist du denn? Im Spawn gleich! Im Spawn, Leute! Oh nein, das hätte ich nicht! Ah, und Spot ist das! Okay! Und Julian war ein Scharf! Durfte eigentlich nicht sagen... Oh! Uh! Jetzt ist Kerwald! Oh! 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 Hä? Du bist doch auch... Ich bin hier, du dappierst! Der bleibt gleich! Echt? Oh no! Äh... Ja, hallo, Flo! Yes! Hier oben ist endlich der Dings! Was ist besser? Englisch, Flausch oder Ethereum? Ich glaub, Ethereum, oder? Keine Ahnung, Flo! Wir müssen jetzt easy ganz schnell wegmachen, weil sie ist das Böse! Oh! Wenn ich low bin... Ja! Wenn ich low bin, dann krieg ich so ein Schild, wo ihr weggeworfen werdet! Das finde ich gut! Wen? Wer war grad... Warte mal... Bist du grad gesprungen? Ich... Ich hab'n Flugtruck gehabt und bin grad rumlang geflogen! Aber es ist nicht rum! Ich hab'n Rändemeister aktiviert... Oh Gott! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Komm her! Fertig! Warum passiert mir sowas? Warte! Zwei Wölfe?! Ach, Eulam, abwägen die Kehrwelt! Yes! Ey, wie anlackt! Ich wollte Toops irgendwo hinporten! Das hier auch? Wow, ich hab'n... Danke! Was denn? Ich bin in der Corona! Warte mal! Ich bin in der Corona! Hey, es parkt an dir jetzt! Eulam will schon ein neues Sequel erzählen! Ich kenn' ein Sequel noch, was noch nie gezeigt wurde! Ja, der geht's mal... Ich hab mich grad... Irgendwie, ich weiß nicht selber wie das genau gemacht hat.... Okay! Ich hab mich du mal in der Welt parkt, aber du schlägst halt bei dem... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! DDR-ibliquete, habe ich richtig gut nachmachen, gell? Mann! Doch! Hehe! Oder? Doch! Julian! Geh' weg, Julian! Au! Ich glaub, irgendjemand von euch hat ja das gesehen schon... Julian! Julian! Geh' weg! Weißt du so, die andere Leute... Welchen Effekt? Ih'n wir bekommen oder? Was hast du bekommen? Den Fluch? Ja. Wir müssen den Fluch bannen, Leute, in der nächsten Season. Ja, macht das weg, das nervt total. Ja man, Season 2, Wolf. Wolf 2, Season 2. Das habt ihr gegen den schönen Typen. Ey, wir müssen, keine Ahnung. Wir müssen nicht mit jeder Endrom im Shop... Warte mal, Julio, hier ist ein Seagshot. Au! Du brauchst eine Interpelle. Du weißt, was ich meine, oder? Oh! 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 Oh, du brauchst noch mehr? Ich war noch nie in dem Teil der Map hier. Bei Julio Commit, Julio Commit. Es gibt ein anderes Secret hier auch noch. Ich schau gerade, was wir alles kaufen können. Ja, im Wolf Shop! Nein, wird ja alles gelohnt. Easy, bist du Jesus zu Emeralds? Hä? Äh, was willst du? Emerald, Emerald, Emerald. Emeralds? Ja, vier. Ich zeig sogar ein Secret. Nein, das ist nicht genug, Easy. Ich geb dir mehr. Aber damit kannst du dir noch Emeralds machen. Au! Wieso ich brenne? Wieso brenne ich? Ich bin weg, wieso brenne ich? Au! Stimme, man kann sich Emeralds kaufen, oder? Warum brenne ich? Oh, ma... Hä? Wo ist sie hin? Weggeportet. Ich wollte nicht bei dir sein. Yes! Wir drinnen! Ist es der Wolf? Ich glaub dir sogar. Du bist ständig Wolf, hab ich gesagt. Nein, 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 Easy. Ich hab gehört, was ich gehören wollte. Oh, Mann! Wo man die? What a stench! Ist es vorbei? Können wir doch raus? Nein, Julian! Äh... Nein, wir sind stark wegen dem Event! Okay... Wir sind hier in Quarantäne miteinander, okay? Leute, wir müssen mit der Best-of-Juden-Dings machen, Best-of. Oh nein. Kann ich Juden schubsen? Warte, geht Flugtank während dem Event? Ja. Die einzige Auslösung. Nein, geht nicht! Doch, jetzt! Sorry. Oh, jetzt weiß ich, warum ich hier oben gelootet habe. Ich hab es schon wieder an. Was? Sie looten die Chess, die Out-of-Map sind. Ja, Jürgen, 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 Jürgen. Es ist Jürgen, es ist Jürgen, es ist Jürgen. Nein, ich will sie nicht. Es ist Jürgen, es ist Jürgen! Ah, was für Glück, Kate. Jürgen, Top, hör mal auf zu pumpen! Wat a stench. Tobias, höh auf! Pff! Jürgen, was ist das für ein Müll? Jürgen, pack auf! Also, ich kenne ihn gerade mit dem Schlagdruck. Okay, wer von euch ist jetzt der Wolf? Kann mir das mal einer sagen? Ah, Dops! Ich war auf ein Leben Ich war auf ein Leben Ich glaube es ist der Wolf Wer ist jetzt der Wolf? Ich glaube dir sogar Ich bin es aber nicht Doch du wirst vorhin zugegeben Nein Tops glaube ich nicht Tops kommt ans Ende der Map Ganz hinten Das letzte Ende Die dunkle Winkelgasse Hier Jünger was ist noktral? Kann es gar nicht sein Ich bin Hürde Ich gebe dir jetzt Stärke Ich habe nur eine Stärke Und du musst Tops töten Oder dich selber Nein Ich will jetzt mal jemanden Secret zeigen Ich will die Pilzschule betreten Willst du die Pilzschule sehen? Ja will ich Wo bist du? Okay das kostet dich aber Ich bin beim Tester Nein Ganz hinten am Ende der Map Am anderen Ende der Map? Hier wo der Shop ist Der Shop Kommt shop Leute Hier Wer hat sich gerade Psychopath? Warte bist du Bist du beim Spawnflow? Nein Genau anderes Ende vom Spawn Läuft aber immer gerade vom Spawn Was ist hier drin? Ich ziehe das nicht Iso Ich schreibe mir deine Koordinaten Nein 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 Darf ich nicht Sie ist gegen den Cortex Die Jedi Lauf zum Tester Okay Isi Kann ich Tops lachen? Nein Tops töten mich Isi Lauf weg Lauf weg Tester Ich bin Tester Junge Wie oft noch? Junge ich hasse es langsam Nein Tops Was denn? Warte mal Oh mein Gott Julian 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 Oh nein er ist AFK Ich muss ihn beschützen Oh nein Julian Ich boxe Julian in die Richtung Wo er hin muss Ich hoffe er stirbt nicht Kann ich Julian irgendwie heilen? Nein kann ich nicht Oh no 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 Ich bin gleich tot Topsens Wolf Der wollte mich töten Ich weiß mich tun soll Du hast mich gerade versucht zu töten Wo hast du dich angegriffen die ganze Zeit? Überhaupt nicht wahr Oh nein Julian Kommt zurück Julian Wir haben das richtig schon wieder richtig gemacht von Flo Tops hopp Was hast du gemacht ist hier? Hier hi Ich bin fast tot Da ist Tops Warte Warte Mach ich tot Geh weg Ich muss Julian schubsen Warte Wir müssen Julian mitnehmen Secret Jürgen hör mal auf Jürgen Geh auf die Spoop Party Tops machst du das? Nein Wie denn? Jürgen du lebst wieder Nice Komm mit Ich wollte dich gerade schon schubsen Bis in die Richtung Oh natürlich Okay lass nicht Topsen Secret Okay Ihr müsst mir aber Gebt mir eure Rubies Nur FAB Nein 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 Wie bist du da reingekommen? Nein Wie seid ihr da reingekommen? Darüber ist ein Knopf wie sie Das ist kein Knopf Ja doch Ist Wie so eine Schießehöhle Okay Okay Sie verstecken wir uns Ist von Tops Okay Okay Einverstanden Okay Oh super Oh Gott Ich hab einen Lass mal trainen Was habt ihr Was habt ihr Was habt ihr Was habt ihr Spezialkiste Nein Nein Ich hab nicht Spazieren Spezial Ah doch Hier Oh Ich hab noch eine Yes Oder warte Da dran Yes Yes Nice Ich hab noch 28 Rubies Scharf ist einfach zu finden Easy du bist es Wo ist Tops? Komm jetzt töten Komm wir gehen Tops töten Wo kommen wir nicht hin? Alter ich gehe raus Wo ist Tops? Weiß ich nicht lebt er noch? Ja ich lebe Er ist tot hier Ah ich sterbe Hier ist jemand Julien Tops wo bist du? Hä ich bin in Deutschland Ich sehe ihn Ich sehe ihn Töte die sie Wo ist er? Hier drüben bei Julien irgendwo Wenn der Wolf einfach nichts macht Dann ist es Tops Es ist einfach so Ja Tops der einzige Wolf Der dann nichts macht Ich bin so schnell Ich bin Ich bin super lebendig Es ist Jodler Ich mache das Easy Taktik Flugtrank Leute wir hatten Leder ausgejobbt Die gibt Ulti für den Rüstungsparken Falls ihr es nicht wusste Echte? Ja die macht mehr als die Rüstung Oder so Was machst du für eine Taktikflug? Ich bin hier oben hochgeflogen Ich bin oben aufs Dach geflogen Und hole mir jetzt alle Radioaktivität Ey was ist das? Jetzt zieht man sich? Jetzt zieht man wie x-ray ist das Oh es ist Tobias Es ist safe Es ist wirklich Torben Ja ja ne Leuchtet grün Jörn Leuchtet grün Jörn Nein jetzt hast du Pech gehabt Torben Jetzt hast du wirklich Pech gehabt Es ist Jörn Es ist Jörn Er bringt mich nicht Ich werde fast gestoppt Es ist Jörn Es ist Jörn Verbrauch mir Er greift dich einfach so an Ja du hast es genauso Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja Ich sitze Ich sitze Ist es kurz? Ah Wo ist Tobias? Tobias bist du? Los Was ist das für mich? Geht nice Ich bin Wo bist du? Äh ich bin ähm Ich bin in Deutschland Hallo guten Tag Tobias? Hahahaha Wolf extra shop Warte mal Du weißt du? So Ah Tops ich seh dich nicht Tops Weißt du Kannst du mal auf und weg zu rennen Du bist Als Wolf rennst du von dir selber weg Als Schaf rennst du von allen anderen weg Tops Stell dich einfach ja Junge Eigentlich müsste man irgendwie Es müsste noch sein Dass man so Schwerter eintauschen kann Ich hab jetzt so drei Nein Tops Schwerter Sind Wichtig okay Das sind pädagogisch wertvoll Du darfst nicht eintauschen Tops Die haben einen Die haben ihren Sentimentalen Wert Ich hab grad gesehen Na Echtes Oh jetzt hab ich gehört Du hast irgendwas gemacht hier Entweder ist Kau Nein Ja Oh mein Gott Ich wusste nicht hab irgendwas gesehen Nein 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 Ich bin veganer Lass mich Du darfst mich nicht schlagen Das krieg ich blaue Flecken Ich bin mit Bananen Hallo Tops Ist Fleisch Komm her Ist meine Klinge Vielleicht bin ich kennsteine Ist ich schneller bist Ich glaub schon Du Du siehst mich nicht Du bist uns Ich fahre du Depp Ah In Wieso bist du Tops Okay Oh mein Gott was für ne Waffe Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Tops getestet ich vertraue dir nicht Geh testen sagt er Ja ja Geh testen ok Ja Der arme Junge Der arme Junge Ich farme Mehr Florian Oh man Hey du bist hier explodiert Hä Kein send Huu Guck mal du triffst mich nicht Bis 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 Ich mach ein 360 ok Oh Hör die Horde Ah Witzig Nein Von meinem Veganer Leben Nein Ich hab Munition Ah Kann ich Munition kaufen dafür Ja Hauptsache du gehst einkaufen wenn du auf den Weg gehst Ich seh mal die Leute in den Kommentaren When ein trim Entrei Wie ich super Ah Bin noch nicht bereit Ist mir egal Tops im Willen westen ist mir nie bereit Ah 현 Ehrlich Leute bis 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 hin Bereit für Weihnachten? Erhol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totemall Overprint, dem Saftig-Glitzer-Design, Team-Melone und dem brandneuen Weihnachtsbaum-Design. Und für die Eisenfeuer-Autogramm-Karten gibt es auch immer noch die der Großbestellung. Gras dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.kv2.com.